Und weiter geht's Ich brauche Sparkman Drills Waffe Wetten Leute, jetzt schaffe ich den So Leute, diese erste Waffe, die ich gerade abgefeuert habe, das war dieser Super X Buster Kann man jede Waffe mit aufladen, auch diese normalen Und dann kommt da irgendwie was Spezielles immer dabei rum Und wir haben jetzt den Amored Amadillo und wir bekommen jetzt das Rolling Shield Ich weiß nicht welche was genau für das Rolling Shield zuständig war, aber ich nehme diese Stage immer dann Ich hasse diese Stage Ja Drecksbiester Na super, da komme ich nicht dran Ja Leute, das ist normal bei mir Also da kommt der erste zwischen was Ähm So geht's schneller Ja Das war's Ähm Bei dem habe ich immer Probleme Immer Ja 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 Ja, endlich. So, hier eben warten. Jetzt kommt nämlich ein Strudel. Hier oben ist nämlich auch noch eine Energie. Der Boss, der ist ganz einfach. Einmal das und fertig. Und jetzt kommt wieder ein Zwischengegner, der etwas schwerer ist. Man kann dem Boss nur Anschwanz oder Kopf schaden. Der Boss, der ist ganz einfach. Der Boss, der ist ganz einfach. Der Boss, der ist ganz einfach. Nein! Natürlich ungünstig, der Boss gestorben jetzt. Dann machen wir das Ganze nochmal. Diesmal, ähm... Ah, nein! Ich hab vergessen, dass der Zwischen-Boss noch kommt. Nein, 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 nein! Boah, wie ich diesen Zwischen-Boss hasse. Boah, noch nicht mal leben. Wie unfair, aber wir wissen ja, wo es noch was gibt. Nämlich... Hier. Warum ihr euch nicht wund... Warum ihr euch wundert, warum Megaman X nicht ertränkt ist, weil... Nein, nein, nein! Ähm, er ist ein Roboter. Er braucht keine Luft. Na komm. Komm. Ja. Ne, das darf mir zu danken. So, das war's. Ähm, ich werd's nochmal mit Storm Eagles Waffe machen. Äh, probieren. Jetzt, bei dem Boss. Weil, ähm, ihr seht ja selbst. Dieser Sturm der Macht, äh, richtig derbe Schaden. Und, ähm... Ja. Ich hoffe, dass ich das jetzt hiermit schaffe. Entweder. Ja. Äh, ich... Ja.